Das Team unserer Zahnarztpraxis, Wilfried Horn, bietet Ihnen vielerlei Tätigkeiten aus dem Bereich der Zahnbehandlung an. Kosmetische Eingriffe wie die professionelle Zahnreinigung und Bleaching sind Teil unseres umfangreichen Leistungsangebotes. Im Rahmen der Implantologie fertigen wir Prothesen aus Keramik und Kunststoff an. Wenn Sie Bedarf an einer effektiven Paradontosebehandlung haben, sprechen Sie unsere erfahrenen Mitarbeiter an. Kontaktieren Sie uns dafür telefonisch oder schauen Sie bei uns vorbei. Wir beraten Sie gerne.